Nach Juice Juicy kommt Juice Juicy. Das Double IPA von Evergrain jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt genauso Bock auf ein gutes Bier wie ich. Und mein Bier kommt heute wieder aus den USA, aus dem Bundesstaat Philadelphia und zwar von Evergrain Brewing. Und da habe ich euch ja das Juice Juicy schon vorgestellt. Und das ist jetzt der große Bruder oder zumindest der starke Bruder. Den holt man ja immer, wenn einer verkloppen will. In dem Fall ist er tatsächlich ein bisschen größer in der Dose. Jetzt die 16-Ounz-Dose. Ich glaube, das ist ein Pint. Das ist ein bisschen mehr als ein halber Liter. Und steht das irgendwo drauf? Nein. Aber es ist tatsächlich die Imperial-Variante vom Juice Juicy. Und ich lerne ja auch immer gerne was dazu. Deuce ist tatsächlich der Begriff wie Boos. Also ein bisschen mehr Alkohol und ein bisschen mehr Karussell im Kopf. Und ja, man sieht vielleicht ja auch die lustigen Hopcones hier drauf auf dem Label. Also da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Ich habe noch alte Etiketten von den Dosen gesehen von Evergrain. Respekt an den Grafiker. Der hat da ganze Arbeit geleistet. Ich habe ein bisschen drauf geschaut, weil es gibt sehr wenig Informationen tatsächlich über diese Biere. Das ist die imperiale Version vom Juice Juicy. Ein intensiv kaltgehopftes Double IPA. Super easy zu trinken. Und ja, loaded with juicy tropical fruit aromas. Also voll mit saftigen, tropischen Früchten. Also das würde ja so ein bisschen auch geschmacklich in eine andere Richtung gehen als das Juice Juicy. Ich bin sehr gespannt und lasst uns das Ganze mal sehen, ob die Dosen sind nicht ganz so einfach zu öffnen. Zumindest für mich nicht. Aber ich kriege das alles hin. Und so. Optisch muss ich ja mal sagen, ist der... Das riecht aber schon sehr tropisch. Aber kommen wir erstmal zur Optik. Optisch ist das Bier tatsächlich sehr, sehr nah an seinem kleinen Bruder dran. Vielleicht ein bisschen dunklere, aber das ist echt minimal hellgoldgelbe Farbe. Das sind jetzt auch fast drei Fingerbreitschaum oben drauf. Der sitzt da cremig, kompakt, haftet schön am Glas. Und ja, nicht ganz so feine Pore, aber doch in der Mitte. Schon fluffig. Ja, ansonsten eine sehr, sehr schöne, gleichmäßige Trübung. So wie wir es eben auch bei diesen New England IPAs, wobei es da steht ja gar nicht explizit drauf. Aber es hat schon wirklich eine sehr saftige Farbe. Könnte jetzt auch vielleicht ein leichter Orangensaft sein. In der Nase jetzt tatsächlich viel mehr tropische Frucht. Es ist so ein bisschen Mango und Ananas mit dabei. Die Crepefrucht, Citrusfrucht ist natürlich auch da. Und auch so ein bisschen, so einen leicht süßlichen Malzcharakter. Aber es ist tatsächlich, es ist ganz spannend. Es ist vielleicht vom Aroma her fast einen Tick weniger intensiv, als das Juice Juicy. Dafür ein bisschen breiter aufgestellt, was die Früchte angeht. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Cheers! 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 Ja, wo fangen wir wieder an? Es ist tatsächlich ein Bier, was im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder, fangen wir mal an der Stelle an, nicht ganz so harzig wirkt. Der Hopfen ist tatsächlich mehr auf der fruchtigen Seite zu Hause. Es ist viel mehr von dem, was ich eben auch gerade im Aroma gesagt habe. Es ist Citrusfrucht drin, es ist tropische Frucht drin. Nicht so intensiv, wie es beim Juice Juicy war, aber wie gesagt, breiter aufgestellt. Es hat auch viel mehr, von der Vollmundigkeit her ist dieses Bier deutlich breiter. Es hat viel mehr im Mundgefühl. Es ist viel voller. Ich gehe auch davon aus, dass hier jetzt spätestens Weizen und Haferflocken irgendwie auch ihren Job getan haben. Es hat eine schöne Cremigkeit. Es hat auch wieder dieses Malzrückgrat, was sich ein bisschen verliert, mehr als beim Juice Juicy hinter der Fruchtfassade. Und es liegt vielleicht auch daran, wow, kam jetzt eben gerade mal so ein richtiger Fruchtfleisch rein. Es liegt vielleicht auch daran, dass diese Harzigkeit fehlt, dass die Bittere, und ich vermute fast, die sind von den Bittereinheiten vermutlich sehr ähnlich, aber beim Juice Juicy war das Ganze eben eine richtige, harzige Nummer. Und das ist beim Juice Juicy, was ich jetzt habe, ist das viel sanfter und viel weicher. Und überhaupt, es ist eher der leichtere Geselle. Wobei, und das ist jetzt das Aber, was ich einflechten muss, dieses Bier hat 3% Alkohol mehr, also 9%. Und es ist genauso wenig zu spüren wie beim Juice Juicy. Und das macht das Bier dann tatsächlich echt schweinegefährlich. Es hat einen schönen und jetzt tatsächlich einen richtig satten mittleren Körper. Hat eine etwas zurückhaltende Alkoholensäure. Sie ist mehr cremig, vielleicht nicht ganz so intensiv wie beim Juice Juicy. Und lässt sich aber irrsinnig gut trinken. Und es kommt hinten raus. Und das ist vielleicht das Spannende. Hinten raus kommt dann eine Bittere rein, die eher so eine, ja, mit den Fruchtnoten sich ein bisschen mischt. Und dann verliert sich die Frucht so langsam. Und was überbleibt, ist die Bittere. Und die liegt dann richtig schön an Zunge und Gaumen. Und man merkt es eigentlich erst, wenn der Schluck schon lange den Mundraum verlassen hat. Und sich in Wahrheit so diese Nacharomen einstellen. Dann merkt man, hu, da ist doch auch ein bisschen Bitterhopfen verwendet worden. Und der kommt dann von hinten raus. Also ansonsten, auch diese tropischen Früchte verlieren sich hinten raus ein bisschen. Es bleibt, so diese Zitrusfrucht, die Mette bleibt ein bisschen über. Und so ganz leichte, malzige, vielleicht leicht karamellige Noten hat man dann hinten auch in Nachtung. Ich muss sagen, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann warum zum Schmiedel, wenn ich auch den Schmid haben kann. Also Doos Juicy von Evergreen. Das ist wirklich ein Brett. Neun Volumenprozente, von denen man kein einziges, naja, vielleicht die ersten fünf merkt man. Aber dann die restlichen vier merkt man nicht mehr. Und das ist echt schweilegefährlich. Doos Juicy von Evergreen aus Philadelphia von ProbierTV gibt es dafür 4,5 Punkte für das Doos Juicy von der Evergreen Brewery. Und ich, also wenn es gut geht, dann werde ich mir mal vor Ort im Laufe des Herbstes anschauen, wie es da ausschaut. Hab heute schon mal geschaut, was da gute Daten wären. Und das muss ich mit den Herrschaften da nochmal abklären. Muss dann noch ein bisschen weiter ins Land rein. Versuche da gerade so ein bisschen eine kleine Tour mir noch zusammenzustellen. Vielleicht wird das was. Dann seht ihr auch mal, wo diese Biere herkommen. Und dann werde ich dem einen oder anderen auch ein Düsschen mitbringen. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, verpasst. Servus, Prost und Ahoi. Tschüss. Tschüss.